Hallöchen, da sind wir wieder in Pam. Moin Moin! Und wir sind hier gerade in der Auto-Auswahl. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was für tolle Autos es hier gibt. Mit mir dabei ist der Dominik. Ja, eh. Total begeistert. Wir haben hier Kitty Wisskulls. Von diesem fabelhaften Spiel, ja. Nucleids. The Veteran. Ice Cream. Tower. The Farce. Random Vesticle. Wow, geil. Logger. Scorch. Und diese Runde geht auch mein Controller, ja. Shit, hört du ihm's. Ja, tolle Sache. Nitrogenius. Mess Alchemist. Dann sind wir schon einmal durch. Und ich frage mich. Es gibt ja auch DLC-Autos, zum Beispiel. Da sind die DLC-Autos. Das, 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 das. Das nicht. Und ich gucke mal, ob ich mit dem Wendem Ricycle vielleicht so ein DLC-Auto bekomme. Nein. Alles klar, welchen nehmen wir denn an? Dann nehme ich mal den Alchi. Wir haben eine neue Karte. Und dann geht's jetzt auch sofort los. Oh, das ist abgelämpft. Das ist abgelämpft. Das ist abgelämpft. Das ist abgelämpft. Und dann geht's auch los. Das ist abgelämpft. Das ist abgelämpft. Weil das sieht wirklich geil aus. Man kann in dem Tunnel einmal kopfüber fahren. Mit ein bisschen Power. Und dadurch richtig geiler Ausweich-Manöver starten. Boah, geht weg, Scorch, Alter. Ging mir mal tierisch auf die Nerven gerade. Hm. Ich warte mal ein bisschen. Wow. Da haut's mich rum. Hallo Logi 5 Kills Yo Soll ich auf dich warten? Wo bist du denn? Du bist Vierter Kann gut sein Boah, es ist manchmal hier wirklich ein bisschen schwer die ganzen Kisten aufzusammeln Alter, ich mag das echt, dieses Einhorn da ist es voll heftig Ihr bist das Handling und Schaden auch Einhorn Einhorn Nein, ich kann nicht besser Einhorn Einhorn Mami, ich will ein Einhorn Bist du in so eine Kiste gefahren? Ja Oh, sorry, ich hab ne falsche Geschichte Das hasse ich am Alchemisten, weil das einfach zu OP ist zu OP Ja, da ist wieder noch zu Dem Handling ist er relativ Das ist so scheiße von diesem Squatch Er lässt einfach nach hinten fallen und er löst alle Attacken aus und boah Seine Waffe Das mach ich auch Richtig gefeierlich Also wie ihr seht dieses Spiel heißt immer noch Let's wait Dominic Nein, ich fällst nicht Nein, fällst nicht Ich fällst doch gar nicht Nein Oh Oh Hallo Winam Oh du Penner Ich bin in deiner komischen Giftgas, Wolke, Schleim, Pink, Ding Oh, ein Kill Oh, ein Kill bleibt weg von mir da schießfahrt so ich versuche es mal mit dem fetten bussen looping zu machen wie geil ich hab's geschafft vor mega nice ich war erst mal gegen die wand hallo fast ich komme nicht weg ach so ich bin ja tot dieses spiel mal einhorn geht alles macht wirklich laune auch wenn es gar nicht so vorkommt macht wirklich super spaß ja mal voll laune super witzig da bin ich wohl ein bisschen runtergefallen war fadzi ja klar ist boin und verliere schon wieder Hälfte an Leben Furtst du auch der ist wirklich echt krass aber dieses Auto gibt es leider nur im DSC was wir beide nicht besitzen ich habe auch bald weil ich mir einfach holt 90 Cent ist doch nicht viel ja komisch ist man geht auch schnell und dann ist es ja nicht mehr so billig das war ja nur im Angebot jetzt über halloween er ist bestimmt 10 euro oder ich glaube 2 euro oder so 10 euro voll übertrieben aha da hat er was aufgesammelt aha tschüss fadzi nein ich wollte dich weg bohren du wolltest mich ach so scott ich dachte schon du wärs ist das grad nicht so schlau die einzusetzen oh geil 300 attacken nach vorne nach links ich hasse dich in der ersten folge seht ihr schon wie ich gewinne in der zweiten folge wird es glaube ich nicht anders ja wie ich wieder mal verliere weil ich scheiße bin ach komm ich warte auf dich ich warte auf dich oh man los warte ey du hast noch 80 Sekunden wieso fährst du da gegen die Wand ich bin so scheiße wow wie geil alles klar ein super schluss ich habe gewonnen mal wieder wienem ist auf dem 14 platz ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt let's wait bis dahin verabschiede ich mich lasst einen kommentar da damit ich besser einschätzen kann ob euch das video überhaupt gefällt ob euch dieses spiel überhaupt gefällt ja und das war's bis nächstes ciao ciao ciao